Und da überziehe ich den noch glatt schon mal wieder. Warum auch nicht? Okay, danke. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie kriege ich den da weg. Der hat leider die Fenster kaputt gemacht. Okay. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Kurzfristig, aber sie kommen. Ich kann nichts dafür. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ich bin gerade wieder hochkonzentriert. Weil ich hier noch nicht so richtig weiterkomme. Moment. So. Ich hier nicht weiterkomme. Rom, pom, 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 pom. Läuft. So hätte ich das kein öfter. Das ist schon mal gut. Oh, das ist schon mal gut. Oh, das ist schon mal. Da kommt die Stromschlag-Ommi wieder um die Ecke. Und die ist schon mal gut. Und das ist schon mal gut. Okay. Oh, das ist schon mal gut. Könnte ich hier mal ein bisschen Salz kriegen, bitte. Vernünftig was an Salz, nicht nur so ein bisschen. Danke, danke, danke. Ich habe auch noch ein bisschen Zeit gehabt, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, Kette mit Hüllenhund. Wir sind beim Hüllenhund. Kette mit heiligem Öl. Okay, alles klar, Kette mit heiligem Öl. Nebenher aber auch noch mit allem anderen, damit wir hier irgendwie weiterkommen. Diese Dramatik in der Musik. Dieser arme Hund wehrt sich ja noch nicht mal. Crowley, ich mache das, weil ich es machen muss. Es tut mir sehr leid. Ich pflege sie heute Abend irgendwann. Hallo, was sollte das jetzt? Leider Gottes bewegt sich hier generell nicht so ganz viel. Jedenfalls nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Okay. Okay, das gefällt mir dann schon besser. Okay. Wie wenig diese Musik einfach Druck aufbaut, ne? Das ist unfassbar. Wie wenig man sich von der Musik unter Druck gesetzt fühlt. Ich bin komplett hin und weg. Und auch davon. Okay, den süßen Höllenhund bin ich gleich los. Fiel mir gerade so aus dem Augenwinkel heraus auffällend. Hat die gerade süß gesetzt? Die hat gerade süß gesetzt. Hallo? Ich finde das voll traurig, dass ich die jetzt umbringen musste. Hätte auch einfach mal mit Crowley reden können. Wie gesagt, Crowley, es tut mir leid. So, manchmal muss man einfach schießen. Ich habe jetzt auch nicht so viel gebracht. Was habe ich sonst noch so? Ich habe nichts hier. Schade. Manchmal hilft einfach nur schießen. Einheitlich von dem. Hätte dieses komische Zeug nicht noch irgendeine andere Wirkung haben können. Eine nützliche, hilfreiche Wirkung. Das wäre wahrscheinlich auf dem Level schon zu viel Hilfe gewesen. Was ist denn alles so runterreden? Das ist erstaunlich. Das sind alles so die Bereiche, die scheiße sind gerade, ne? Wen ich hier festhänge. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, der ist tot. Könnten wir vielleicht irgendwie die Musik mal wieder ein bisschen vernünftig stellen? Den hatte ich gar nicht mehr gesehen. Es tut ein bisschen leid. Aber hier sehe ich gewisse Dinge nicht. Ich sollte mir vielleicht eine Uhr hier anmachen, weil ich weiß, wie spät es ist. Nachdem wir den Höhlenhund beseitigt haben, kamen wir auf die Spur eines Dämons, der in Minnesota sein Unwesen treibt. Den Überlieferungen nach soll es nahezu unmöglich sein, Dämonen zu bekämpfen. Aber ich muss es versuchen, damit er nicht noch mehr Unheil anrichtet. Dämonen-Colt. Komm, damit haben wir... Wen haben wir denn? Den Gelbäugeln haben wir damit umgebracht. Verliehen wir? Wir beide? Du und ich, Vicky? Yay. Wir gegen den Rest der Welt. Ich wusste es schon immer. Ich wusste es schon immer. Ach, das ist Salz. Das ist ja Salz. So. Aber zumindest ist es den kann ich mir schon mal schnappen. Oh, da hinten brisselt ein Fernseher. Kann ich vielleicht endlich mal ein bisschen mehr von der Hintergrundumgebung sehen? Das wäre recht cool. Manchmal hätte ich in diesem Spiel einfach gerne mehr gesehen. Oh, meint ihr, ich schaffe das heute? Das wäre so cool. Obwohl ich ja nicht weiß, ob hier noch nicht doch noch ein Teil kommen. Vielleicht kriegen wir den Clown noch ganz zum Schluss. Aber das war ja ein Poltergeist. Und den Poltergeist hatten wir ja eigentlich schon, ne? Trotzdem wäre das irgendwie total cool. Wenn wir jetzt ganz zum Schluss nochmal auf unseren Clown treffen würden. Dann hätte ich endlich mal eine Verbindung zu The Nightfall. die ich ja immer noch verzweifelt suche. Ich suche noch. Ja, ich habe noch nicht aufgegeben. Nein, 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 nein. Ich bin aber auch ganz begeistert am Suchen. Und ich werde diese Verbindung finden, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Und egal, wie viele Wölfe mir noch ins Gesicht springen. Ist mir egal. Es ist mir einfach so egal. Es muss jetzt mal gesagt werden. Hier muss jetzt mal geschossen werden. Hey, wie? Hallo? Ist das blöd? Ich komme hier gerade nicht. Was war das jetzt? Ich versuche mal so ein bisschen zu erraten, was da welches Geräusch macht. Allerdings bin ich da nicht so gut drin, habe ich das Gefühl. Kommt da nicht so hinter, wie ich es gerne würde. Na ja, man kann ja nicht alles erraten, ne? So, schwupps. Und schwupps. Und schwupps. Und du dahin. Und schau dir, es kommt auch nie das, was man braucht eigentlich mal so ein bisschen, ne? So. 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 Und so. Und so. Und dann haben wir da zumindest noch mal ein Salz liegen. Da können eigentlich noch mal ein Stein hin. Aber den Stein kriege ich nur so weg. Das ist super. Ich fühle mich gerade richtig wohl. So. Nichts. Weil ich nicht da hinkomme, wo ich gerne hin würde. Weißt du ja vermutlich aus dem Inspekt der ganzen Sache ist, ne? Okay. Wir schließen uns jetzt mal da durch. Vielleicht hilft das ja irgendwas. Ich weiß noch nicht, was es helfen soll, aber ich hab einfach... Ich hoffe einfach. Weil es mir ja nichts nicht ganz viel bringt. Ich muss hier ja auch durch die oberen, durch die Teile und so überall durch. Das ist jetzt natürlich alles nur so semi-gut, ne? Das ist alles irgendwie nur so semi-effektiv, was ich hier mache. Ich muss hier nicht mehr so semi-effektiv machen. Ne, mep, 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 mep. Irgendwie kann ich gerade nicht mehr ganz viel bewegen. Was blöd ist. Ich nehm den da gerne weg. Sehr schön. Das ist auch gut. Welchen nehme ich jetzt? Ich nehme tatsächlich den. Ich nehme tatsächlich den. Okay, wir kommen so langsam wirklich in einen Nerv-Micht-Bereich. Einfach nicht das passiert, was passieren sollte. Okay, ich könnte den als nächstes durchschießen. Aber der da oben macht mir gewaltig Sorgen. Der da. Was ich mit den Dingern echt so wenig machen kann, habe ich auch nicht gewusst. Ich fürchte, das werde ich nochmal machen müssen. Komischerweise ist das erste Level für mich immer so mit das schwerste. Danach geht's. Dann bin ich drin. Aber so das erste in einem neuen Abschnitt ist eigentlich immer so ziemlich schwierig für mich. Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Okay, der ist weg. Dann muss ich mir darum schon mal keine Gedanken mehr machen. Ich würde gern da irgendwas erreichen. Okay. Okay. Den werde ich nicht schaffen. Das Level werde ich nicht schaffen. Da bin ich mir jetzt schon sehr sicher. Es soll ja auch ein bisschen schwieriger werden. Dann beenden und dann spielfortsetzen, bitte.